Ich, ich sag's auch schon, der ist halt so lustig, der ist halt so behindert, bitte schreib keine Scheiße, der carry du uns, der carry du uns, ich krieg da kein Geld jetzt, Leute, ich krieg sowieso kein Geld, Alter, was denkst du? Das claim ich jetzt mal, wegen meiner Stimme, so funktioniert das nicht, du hast keine Rechte an deiner Stimme. Der hat Steam seit 2007, der ist nicht 13. Nee, das ist, äh, ruhig. 6,5 Stunden später. Ja, Mann, okay. Ich bin jetzt offiziell 11 Jahre alt, ne? Daniel, hörst du mir zu? Daniel, hörst du mir zu? Wusstest du, dass eine Armee von Fröschen... Nein, halt deinen Maul! Fuck, ich hab Richard verkackt. Wusstest du, dass eine Gruppe von Fröschen Armee genannt wird? So, äh. Ja. Jungs, okay. Oh Gott, nein, wir spielen mit dem nicht gegen ihn. Das ist die erste Aussage. Bei jedem Gegner. Wow! Florian ist schuld, okay? Ja. Du bist schuld. Ich meinte, er läuft um die Ecke und gibt drei Leuten einen Headshot mit einer AK. Im Laufen. Was? Wenn du jetzt hickst, ne? Wer? Ich, oder was? Ne, Florian. Als ob ich hänge, du Fröschen. Hey, wait on you, wait on! Schön, dass wir das hier verstanden haben. Schön, dass wir das hier verstanden haben. Schön, Hacks von der ersten besten Seite untergeladen. Ja, aber sowas von... PVPbro.com Ich hab die geilen Hacks, die einfach mal die ganzen Gelb klauen. Eastfrax.com Einer auch Main. Alter, du gibst dein scheiß Knife, Alter. Junge, dieses Knife ist einfach drei Meter groß. Was ist das denn? In Deutschland verboten. Würde ich hier nur so einwerfen. Illegaler Typ. Daniel, ich fiele auf deinen Kopf. Die 90er sind... AKs in Deutschland auch verboten. Aber nicht in Russka. Russki, 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 Russki. Macho glab. Leute, wir hatten Ako. Niemals. Es gibt keine Ako bei uns. Nein! Eko sind was für Noobs, Alter. Das sind zwei... Ah! Das war einer zu viel. Aber die Chingchongs Main. Einer noch Main. Mann, Vorkliff. Ja, hab ich gemerkt, als er mich gerade von der Seite weggeroffelt hat. Nimm, 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 nimm. Der Typ, also, wie der mit der Diegel spielt, finde ich nicht so akzeptabel. Der bewegt sich wie so ein Bot, ne? Also, tut mir leid. Der schießt mit der Diegel auch wie nen Bot. Bumm, 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 bumm. Warum hab ich den eingeladen? Sogar Florian hat zwei. Daniel, mit der Diegel ist es so, als ob er mit dem Autoklicker spielt. Ah! Nein! Alter! Waaaah! 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 Quem ist da? Sieh! Waaaah! Ai! Hein? Ht, pieh, bite, bite! Bitte nicht! This is so sad, can we hit the like? Du mal die AWP wenn du die hast. Leute. Was denn Daniel? Wir haben unsere Autismusphase, ok das dürfen wir. Du hast deine Autismusphase, du bist 19.01. Montag. Autismusphase. Das steht so im Terminkalender. Ja genau, Punkt 19.01. I'm up bruh. Wow, er hat wirklich quick. Ja, Kles hat die Lobby verlassen. Ja. Ja. Floren, er hat 1-shot Floren. Er hat 1-shot Floren. 1-2-2. Er hat 2-3. Er hat 2-3. Er hat 2-3. Er hat 3-3. Er hat 3-3. Er hat 2-4. We don't care, you play with us now. Okay, I love you too then. Untertitelung des ZDF, 2020